Ja, herzlichen Dank an die Kollegen der Tagesschau. Wir knüpfen genau dort an, dass Thomas Gottschalk mal sagen würde, mir fehlen die Worte. Aber angesichts dieser Katastrophe ist es ihm so gegangen und vielen anderen eben auch. Auch er hat sein Haus in diesen verheerenden Feuern verloren. Und wir beginnen damit heute die Sendung. Willkommen zu Brisant am Montag. Das Ganze mal in traurigen Zahlen. Mehr als 30 Tote gibt es inzwischen schon. Mehr als zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Viele, viele haben ihr Zuhause verloren. Darunter eben auch Stars wie Thomas Gottschalk. Seine Villa ist ebenfalls Opfer dieser Feuer geworden. Miley Cyrus hat neben ihm gewohnt. Auch ihr Haus ist abgebrannt. Dass man mal versteht, wie groß die beiden Gebiete sind, auf denen die Feuer hauptsächlich wüten, etwa vergleichbar mit einem Viertel der Fläche von Berlin. Also wir haben es hier mit gewaltig viel Feuer zu tun. Air France tötet Tiere. Das ist ein Slogan, den man sehen konnte bei einer Protestaktion. Da ist er in Hamburg, die erreichen möchte, dass Air France doch bitte endlich mal Tiertransporte stoppen möge. Denn das ist die letzte Fluglinie, die solche Transporte überhaupt noch macht und durchführt. Viele andere haben aufgrund der großen Proteste eben aufgehört. Hintergrund sind Tierversuche. Wir sehen das da an Affen zum Beispiel. Versuche, die ja grundsätzlich immer wieder in der Kritik stehen. Die es aber eben nach wie vor übrigens auch auf deutschem Boden immer noch gibt. Unter anderem für medizinische Zwecke. Der Protest in Hamburg richtet sich also gegen die Transporte dieser Tiere. Und wir wollen jetzt hier einen Riesenlob aussprechen. Und zwar an, genau, Oma und Opa. Vorweg mal, man sollte sie nie unterschätzen. Übrigens auch im Straßenverkehr nicht. Vor allem nicht, wenn sie so viel Spaß verstehen wie diese zwei hier. Kleiner Film. Apropos Rekorde, wir zählen hier mal kurz durch. So macht das die besorgte Mama. Eins, zwei, drei, vier. Das sind alles Geschwister. Und der Clou, ja, es stimmt wirklich, es sind Fünflinge. Respekt vor der Mama. Oder was hatte mir gerade der Kollege zugerufen? Der arme Papa. Und da Fünflinge, nicht nur medizinisch, ein Riesenwunder sind, wurde der fünfte Geburtstag heute ganz groß gefeiert. Ja, wenn man die alle mal groß hat. Fünfmal Kindergarten, fünfmal Schule, fünfmal Liebeskummer, mindestens. Puh, nicht schlecht. Nach dem Kindergeburtstag weiß man, was man getan hat. Wir gucken auf die Prominenz heute. Wir haben Heidi Klum, die zeigt uns, dass sie selbst im Kuhmist schön ausschauen kann. Dann Alexandra Maria Lara verrät uns, wie man Traumänner findet. Und dann haben wir noch einen, naja, Traummann. Der hier nämlich, Armin Rohde, hat ihn hier schon fürs Kino gespielt, den Räuber Hotzenplotz. Er hat damals über diese wunderbare Verkleidung übrigens gesagt, das sei so ungefähr ein Gefühl, als ob man in einer Skimaske feststeckt und darin sei ganz viel Butter und Marmelade verteilt, die man sich über den Kopf gezogen hat. Lecker. Sollen wir denen noch mal richtig zeigen, wie der eigentlich aussieht? Muss man mal gesehen haben, Armin Rohde ohne Räuber Hotzenplotz. Ja, genau, das ist er. Vielen Dank, liebe Regie. Ja, und dieser Räuber Hotzenplotz, der kommt jetzt zurück. Es gibt nämlich einen wahren Schatz, den hat die Tochter aufgetan des berühmten Hotzenplotz-Erfinders. Und ich glaube, viele Kinder werden jetzt sehr jubeln. Mein Sohn tut es auf jeden Fall. Spannend wird es hier heute. Großstadtrevier, erste Folge der, ich musste das wirklich dreimal nachlesen, der 32. Staffel. Und heute gibt es nicht irgendeine Folge, sondern eine, bei der Sie das Ende in der Hand haben. Sie können nämlich während der Sendung abstimmen. Smartphone, online, beides geht. Wie soll die Geschichte ausgehen? Soll Harry die Ganoven laufen lassen oder eben nicht? Also Sie machen bei uns heute Fernsehen. Wir zeigen mal, wie das gehen soll und warum dieser Fall wirklich knifflig ist. Also auch die Schauspieler sitzen da heute sehr gespannt davor. 18.50 Uhr geht es los. Und dann haben Sie es in der Hand. Was ist gerecht, was nicht? Sie bestimmen heute über das Ende. Sind wir sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Und wir freuen uns dann natürlich auf morgen. 17.50 Uhr sind wir wieder da. Tschüss.